Herzlich willkommen, lieber Zuhörer, zur Episode 8 der Podcast Creator. Heute sprechen wir über Statistiken und analysieren ein Tool für euch namens Chartable, das für einige sehr sinnvoll sein wird und vielleicht für den anderen nicht so. Dennoch komme ich mal zum Intro. Viel Spaß mit der Episode. Herzlich willkommen. Grüß Gott, lieber Tio. Hi, Michael. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du da bist. Heute geht es um Chartable oder auch Statistik. Ich habe in der letzten Episode angekündigt, dass es heute vor allem um Statistik geht. Ich wollte aber natürlich jetzt nicht unsere Hörer so erschrecken. Also dementsprechend heute geht es um Chartable. Chartable, ein Tool, das für dich als Podcaster wichtig sein kann und warum es wichtig sein könnte, das erfähr dir jetzt. Genau. Und wenn ich dich vielleicht gleich in den ersten paar Sekunden verschreckt habe, in dem Sinne, dass es vielleicht für einige etwas ist und für andere nicht, dazu will ich gleich einmal kommen und mal Punkt 1 mal überspringen. Chartable kann leider nicht jeder nutzen. Du kannst dich zwar dort gerne anmelden, aber solange dein Hoster keine Chartable-ID anbietet, die du einpflegen kannst, damit Chartable deine Statistiken auch direkt vom Hoster abgreifen kann, wird es leider nicht nutzbar sein. Und das wollte ich gleich mal vorweg sagen, bevor ihr dann im Nachhinein enttäuscht seid, dass es bei euch nicht klappt. Ein guter Punkt, Michael. Aber dennoch würde ich dich bitten, gleich mal mit Punkt 1 zu starten, weil der hat eigentlich schon gleich viel damit zu tun. Der Punkt Nummer 1 ist Verfolgung von Podcast-Statistiken und was meinen wir damit? Also wir können quasi mit unserem Podcast verschiedene Statistiken abgreifen auf Chartable. Und wie Michael schon gesagt hat, im Normalfall, wenn wir diese ID haben, dann können wir sehr viel daraus lesen. Es gibt verschiedene Hoster, die das Ganze anbieten. Du bist, glaube ich, bei Let's Cast und das wird auch angeboten. Es gibt auch andere Hoster, die bieten das noch nicht an. Ich bin mir sicher, in Zukunft wird sich das ändern. Von daher ist es vielleicht im ersten Moment vielleicht ein negativer Punkt für deinen Hoster. Aber mach ein bisschen Druck für deinen Hoster oder an deinem Hoster. Und ich bin mir sicher, sie werden diese Anbindung in den nächsten Monaten einführen. Genau. Aber du kannst nicht nur deine Statistiken perfekt anzeigen lassen, sondern du kannst auch sehen, von wo in etwa deine Podcast-Hörer kommen und wie sich deine Episoden innerhalb 7, 14 und 30 Tagen gesteigert haben oder verschlechtert haben, damit du auch detaillierter auf deine Zielgruppe eingehen kannst. Also du lernst gleich automatisch, okay, was ist gut angekommen und was ist eben nicht so gut angekommen. Oder wo ist es gut angekommen und wo eher nicht. Man muss sagen, dieser Tool ist extrem wichtig, wenn wir dann auf die statistischen Zahlen zugreifen können, was als Podcaster nicht ganz unwichtig ist. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, du bist jetzt ein Podcaster bei einem Hoster, der das Ganze nicht anbietet. Dann kannst du trotzdem dich anmelden auf Chartable und siehst die Apple Podcast-Charts. Und dort siehst du dann auch quasi einen Verlauf, je nachdem, ob du in den Charts bist oder nicht. Und es kann dir schon mal weiterhelfen. Und schöner ist, wenn das Ganze deinen Hoster anbietet. Genau. Deswegen komme ich zum Punkt 2, so wie ich es schon in Punkt 1 erwähnt habe. Die Identifizierung von deiner Zielgruppe. Du kannst verstehen, okay, wie alt sind meine Hörer, von wo kommen sie eben, so wie schon erwähnt, und zu welchen Themen oder welche Podcasts interessieren sie. Ich bin mir da jetzt sehr unsicher, ob man das alles noch ohne dieser Bezahlschranke sehen kann. Ansonsten gibt es ein Chartable-Abo-Modell. Ich glaube, das kostet nur ein paar Euro im Monat. Und wo du dann mit Chartable, dem Tool, deine Zielgruppe noch besser definieren kannst, indem du auch zum Beispiel siehst, okay, welche Shows hören sie sich an, welche Podcasts gefallen ihnen am besten. Und somit kannst du dann auch deinen Content gestalten, um eben dich mit deiner Zielgruppe zu identifizieren. Und das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. So ist es. So ist es. Nice.